In Ordnung, Admiral. Was ist denn so wichtig, dass ihr uns den weiten Weg hierher... Hallo, Meister. Ist ne Weile her. Ahsoka? Was? Ich glaub's ja nicht. Wie geht es dir? Wo bist du? Geht es dir gut? Ja, Meister. Danke. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zum Reden. Aber ich habe Neuigkeiten, die ich euch nicht vorenthalten kann. Welche denn, Ahsoka? Lady Bo-Katan kennt den Aufenthaltsort des abtrünnigen Sith Lords Maul. Und wenn wir schnell aktiv werden, können wir ihn endlich gefangen nehmen. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Was? Hätte Ahsoka den Orden nicht verlassen, wäre sie nicht da gewesen, wo sie sein musste. Ja, ich nehme an, so kann man das auch sehen. Wie soll man es sonst sehen? Wir werden Maul stellen. Endgültig. Ich dachte, ihr würdet euch darüber mehr freuen. Ich bin vorsichtig optimistisch. Anb кабinfekt. Ich muss allerdings nicht befre taraf dafür hören. Ich bin hyper страх, in diesem Moment Über God. Ahsoka, ich bin so froh, dass... Wir haben keine Zeit zu plaudern. Es muss jetzt schnell gehen. Jede Minute, die wir hier verschwenden, gibt Maul die Gelegenheit zu entkommen. Wir verstehen. Bitte kommt mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017